so hallo ich würde euch heute zeigen wie ihr mit google classroom umgehen müsst was ist google classroom und wie funktioniert das also ihr seht natürlich hier rechts oben die drei punkte die google apps und dort habt ihr euren classroom google classroom ihr drückt auf das icon und ihr werdet auf eine seite gebracht google classroom.google.com und dort seht ihr all eure classrooms die eure lehrer euch zur verfügung gestellt haben so aber was wenn ihr noch keine classrooms habt also classrooms zu hinzuzufügen haben wir hier rechts oben das plus für kurs anmelden dort könnt ihr den kurscode eures lehrers eingeben andernfalls gibt es auch die möglichkeit dass euch euer lehrer eine e mail schickt in dem ihr euch anmelden könnt kurs einladung hier stefan grimm und einfach auf anmelden drücken und ihr seid an kurs angemeldet tada so aber gut noch dazu so hier seht ihr einmal es gibt mehrere als hier seht ihr alle eure classrooms ihr könnt auch auf zu erledigen klicken dann wird euch alles angezeigt was ihr noch zu erledigen habt was euch fehlt und was ihr schon erledigt habt mit den drei strichen den hauptmenü könnt ihr auch zwischen kurse kalender zu erledigen und den einzelnen kursen wechseln wir gehen nun auf den kalender dort habt ihr seht ihr schön wann welche abgabe termine sind zurück zu den kursen ich werde nun auf meinen kurs IT labor 2020 21 klicken und jetzt sind wir im kurs so im kurs selbst sie sieht ja auf der startseite einmal die letzten aufgaben hier sie haben wir die kurs aufgaben video bearbeitung video tutorial etc ihr könnt hier auf die aufgaben klicken und seht eine kurze beschreibung und ihr könnt auf aufgabe ansehen klicken und dann seid ihr bei der aufgabe hier seht ihr die aufgabenstellung ihr könnt kommentare zum kurs hinzufügen und private kommentare zum kurs hinzufügen die nur der lehrer lesen kann diese sind öffentlich für jeden der diese diese aufgabe vom kursleiter bekommen hat so hinzufügen oder stellen so gebt ihr eure hausaufgabe dann ab entweder über drive eine datei auswählen und und wenn ihr auf abgeben drückt habt ihr die ab habt ihr euer projekt abgegeben ihr könnt es jederzeit zurückziehen nachdem ihr es abgegeben habt und natürlich jederzeit das dokument wieder entfernen oder mehrere dateien sogar links auswählen upload um aus seinem eigenen pc zu die dateien auszuwählen und hochzuladen und abzugeben hier haben wir noch die drei punkte in diesen könnte den link kopieren und eurem freund schicken der diese aufgabe auch noch machen muss um ihn zum beispiel daran zu erinnern dass er noch etwas zu erledigen hat so das ist so ziemlich alles über google classroom was es zu erzählen gibt